Nein! So, das fühle ich mich wie bei Ghost in the Shell. Super. Jetzt geht's los. Jetzt ist die geile Scheiße am Start hier und ich hol mir einen Stumpf, ey. D.C. Die erste Reaktion wird geil sein. Du musst dir da 100 mal oben gehen, das ist wirklich fettig. Rock mit Daddy! Rock mit Daddy! Batman! Wow! Jetzt sind wir oben, man. Guck dir mal die Fat-Dings an. Guck dir mal groß an, wie schön das ist. Stimmt, in der VR selber war alles viel größer gewesen. Das ist doch mal ein Schritt nach vorne, dann schau runter gucken. Also ich bin Tune Trash. Geh mal runter, geh mal runter. Und auf dem Geländer, guck mal runter. Boah, dann kotze ich gleich. Kühnachschmelzig. Jetzt kann's losgehen, ne? Hey, sind Sie bereit für Batman? Ich brauch ein Bier, man. Ach, eins, oder? Direkt von vorne, komplett von vorne. Bruce, es ist okay. Die Fahrer sind nach vorne. Komm schon, Brucey, schau mich an. Es ist so ein kleiner Junge. Sie hat keinen. Wo sind die Titten? Das ist eine gute Frage. Sag das nicht so laut, dann werden manche Frauen angepasst. Alter, voll gruselig, wenn ich so gucke. Ja. Martha. Wer ist Ellen? Was ist denn? Cash, Jewelry. Hand sie über. Bleib hinter mir, Bruce. Hä, mach ich doch. Du guckst auf den Rock, ey. Du guckst auf den Rock, ey. Ah, Pearls, auch. Faster! Sir Thomas! Mach auf! Wir versuchen, zu operieren. Thomas! Bruce, nein! Und jetzt? Du musst mich auch erschießen, oder was? Das interessiert mich doch nicht. Ich bin ein kleiner Junge. Ich hab keine Eltern. Es ist mir scheißegal. Lass mich ruhig erschießen. Ich hab eh verschießen. Das ist, was passiert, wenn du versuchen, zu einem Heroin zu sein. Aber krass gemacht, ne? Ja. Mega cool. Der Schiff, Herr. Wann hast du zurück? Ich spiele das noch, glaube ich, nicht. Oh, Alfred, was geht's? Hey, das ist ja echt krass gemacht, ne? Alter. Vor allem, wenn du Blässe in den Brust siehst, ist das noch besser aus, ne? Mhm. Well, we have a situation. I'll explain downstairs. Ich wollte schon immer hier mal an mich anreden zu angucken. You were looking for this, I imagine. Oh, was? Guck mir an. Nimm's. Nimm den Schlüssel. Den Trigger nehmen. Trigger drücken? Ne. Nein. Guck mal, wie glücklich der guckt. Dann kannst du lachen, wie du willst, ja? Das ist scheiß Schlüssel. Den kannst du da hinten wieder raustragen, ja? Oder da hoch. Oder sonst was machen, ja? Dann kannst du mir angucken, wie du... Okay, ich nehme ihn. Sehr gut, Sir. Sehr gut, Sir. Der Schlüssel ist weg. Der liegt auf dem Klavier, Mann, guck hin. Ah, das ist natürlich Skill, ne? Was ist hier? Alter, du kannst da hinspringen drüber, die Move-Taste. Die obere Taste. Hast du die da? Die oben, andere, ja genau. Alter, da war ich noch nie. Da waren wir echt noch. Alter, Marta. Kannst du... Maler! Oh, Alter, das kenn ich noch gar nicht. Ja, Mann. Da waren wir gar nicht. Gangstor-Rap, Alter. Alter, da ist was grünes, was ist das? Dreh weiter. Trug du nicht, Alter. Alter, das ist ein Freudeclaw. Alter, das ist ein Redclaw. Alter, das ist ein Redclaw. Alter. Oh, ich löse es. Was ist das? Oh mein Gott. Das ist ein... Aufdecken, das ist ein... Das ist eine von den... Das ist einer von den... Nein, das ist ein... Oh, oh. Ich stelle ihn dann durch oder was? Kann ich nieقrochen. Trenk mal irgendwo noch. Okay, das ist ein Batman-Symbol. Halt? Und jetzt das andere? Jetzt fortfahren, oder? Ja? Ach, schau ja, oder? Was ist das denn? Das war doch jetzt nicht alles, oder? Ja, vielleicht musst du das beim nächsten Mal, wenn du wieder so ein Ding findest, wieder so ein Teil nutzen. Das ist doch irgendwie... Ja, crazy, Alter. Ja, das stimmt halt. Beim zweiten Durchgang findest du erst diese ganzen Riddler-Rätsel. Du musst ja auch spielen, die ganzen Riddler-Rätsel lösen. Klappe zu. Klappe zu auf die Tore. Klappe auf, da war ein schönes Bild von der Mutter. Oh, das hast du schon mal gesehen hier. Oh, guck. Oh, Mutter und Simon. Jetzt sind noch Tippen gehabt, ey. Ja, mein Gott. Alfred, Telefon, was? Geilo, was ist da? Alfred, kannst du mal auf das Telefon gehen? Alfred, wofür haben wir dich? Wofür bezahlen wir dich? Ah, das Telefon, Clem? Guck mal. Ja, geh mal hin. Ups. Kann mal passieren. Ja. 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 Ja, geh mal raus. Boah, die tickt nicht so da rum, ey. Ich guck, was da hinten ist. Nur weil ich auf diese scheiß Gala nicht war. Beijing. Beijing. Aber sag mal, da links ist da auch was. Da ist wieder was Grünes. Siehst du das? Ah, ja, ja. Ich glaub, du kannst den Tisch drehen oder so. Dreht den Tisch. Ja, dreht den Tisch. Ich glaub, im ganzen Raum sind Riddler Sachen versteckt. Ja, ja. Ja, heftig. Ah, war nicht ein Behindert. Eigentlich macht das Alfred, nicht ich. Da, hier. Nimm's. Oh, stell es irgendwo drauf. Du musst es passend draufstellen. Ah, nee, genau. Da, wo es grün leuchtet. Links, wo es grün leuchtet. Ja, muss da hinten, gell. Ja. Kannst du mit der anderen Hand drehen. Ah, stimmt. Ah, multitasking. Heftig, he? Geht's aber ab, hier. Ah, das ist geil, dass ich das mit euch erleben darf. So schön. So schön. Nee, das Schwibbeteil und das Ding passt da hinten. Das wird erst befreit. Ja, das muss, glaub, da rein, gell? Ja, genau. Da, wo der Sockel ist. Und da hast du schon ein viereckiges Ding. Und das musst du auch richtig drüber. Und dann eröffnet das Ding wahrscheinlich, ja? Ja. So, das muss da hin. Okay. Machen wir da rein. Ja, wunderbar. Du kannst dich auch ein bisschen jetzt einen Meter nach rechts bewegen und dann nochmal neu fixieren. Ja, okay. Du verspickst dich komplett und dann drücken wir auf Options, das ist die rechte Tasche da. Die rechte Tasche da. Ja, genau. Die ist weg. Die da, gell was? Ja. Ja. Draugbleiben. Ach so, nee, der Kalibrierstunde. Oh, nee. Ach stimmt, das hier nicht. Passt, aber drück einfach weiter. Alles wunderbar. Alles klar. Verdeck. Ich finde, das war ja ganz komische Kalibrierstunde. Ah, das machen wir aber gratis hier. Kommt nämlich, ich glaub hier rein. Komma, 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 Camelia. Dreh es. Du, 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 du. Wir machen ja voll die Rätsel. It's coming home. So. Oder? Lex Tower. Ja, das passt. Jetzt haben wir das Vierecke hier, das steht dann rum rechts. Siehst du? Ah ja, ist wieder zurückgezoomt. Außer wieder so eine Wayne Tower. Lex Lufo. Also das Drehen ist das Schwierigste am Rätsel. Das sieht auch ziemlich lustig aus. Das glaub ich, ja. So, wo haben wir das da hinten? Ja, da ist es doch schon. Ganz nah dran. Scheiß Tisch. Beim Drehen das Scheißdinge muss ich nach. Alfred muss diesen Tisch wieder einölen. Das geht so nicht. So. Und jetzt? Da liegt noch drin. Oh, Knopf. Ne, da liegt noch was? Liegt da noch was? Da liegt noch einiges. Das ist geil da. Das ist geil da. Da, den musst du aufstellen. Oh, Alfred geht ans Telefon. Wo geht der hin, Mann? Soll ich hin? Nein. Ne, ne, ne. Bastel weiter. Scheiße, das Telefon. Die Olle zickt nur rum. Alter, das ist wie das Bomben-Ding. Da füllt aus Telefons. Nicht ablenken lassen. Guck mal, da ist noch ein runder Sockel. Da muss ich auch noch was hinstellen. Wo kommt der andere hin? Ah, guck mal, da, da, da. Genau vor dir. Da, die vier Teile da. Siehst du das da? Ah, ja. Ja. Da vorne steht wieder das Runde. Da steht was Rundes rechts. Ja, ist das? Alter, das ist voll geil. Und dabei hat er noch gar nicht so krasse Batman Sachen gemacht. Ja, ja. Das reicht schon. In der Villa chillen bei Bruce. Alter, du bist Bruce. Ich bin grad einfach nur Bruce. Der macht sowas den ganzen Tag. Der macht sowas den ganzen Tag. Wir nennen es einfach Bruce we are. Jetzt wissen wir endlich, ja. Was er tagsüber macht. So, jetzt kann man... Oh, oh. Alter. Oh, was ist jetzt los? Aha. Lex Corp. Lex Corp. Wayne Enterprise. Achso, die Konkurrenzfirmen. Wer was gehört. Aha. Uns gehört das Blaue und... Lex... Das Rote. Das ist ja der Onkel von ihm, glaube ich, oder so. Wayne Lex Luthers. Der Onkel. Ne, achso, ein Lex Corp. Ne, da gibt's aber auch so ein Lex Corporation, wo irgendwie der Onkel von Bruce da noch irgendwie mit die Finger spielen. Das war ja ganz am Anfang von den Comics. Ja, genau. Ha. Magie. So, jetzt schnappt ihr das Ripple oder Razzle. Dann kann ich jetzt auf... Drück auf den Button. Push the Button. Don't push the button. Push the button. Oh, was passt noch nicht? Immer noch nicht. Irgendwas fehlt noch. Guck mal noch mal. Oder? Passen die Türme? Die passen schon, gell? Die Türme passen alle. Irgendwas fehlt noch. Irgendwo muss noch was rumstehen. Irgendwas hast du mit dem Plan vielleicht. Mit dem Lex oder so. Ja. Was muss ich denn da machen? Ah, der Riddler und seine Rätsel. Ich liebe ihn. Also heute Scheiß. Jetzt müssen wir gucken was... Was ist mit den Karten die da rumliegen? Also es ist Beijing und der Scheiß, weißt? Ja. Kannst du damit irgendwie interagieren? Nee. Irgendwie nicht, ne. Aber okay, jetzt guck mal... Ah doch. Du, jetzt musst du das wahrscheinlich irgendwo hin tun. Und zwar da... Steckst da rein. Was macht man damit, verdammt? Dreh's mal um. Bruce Wayne. 1007. Martha 3. Oder wie... Let's date, ja. Was macht man mit den Karten? Die haben bestimmt irgendwas damit zu tun. Und was macht die andere Karte da? Das ist... Beijing. Bruce Wayne. Let's date. Mal irgendwelche Muschis, Alter, die dem schreiben. Ja. Weil sie Bock haben. Haha. Tschüss. So. Irgendwas war das was du da? Warte dann. Warte dann. Warte dann. Warte dann. Warte dann. Guck mal. Ja. 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 Was hat's mit dem roten und blau auf sich, denke ich. Schon aber was. Aber was, ne? Ja. Kaumer, 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 ja. Ja. Das ist ja das Stadtbild, das ist ja schon klar. Aber irgendwas, was ist da rot und was ist da blau? Wie kann ich das... Ah guck mal, die Gebäude sind rot und blau. Ja. Und die Gebäude hast du da. Das musst du irgendwie... Kannst du da irgendwas beeinflussen mit dem rot und blau? Weil ob das passt oder irgendein Gebäude, wo nicht passt, musst du da nur was verstellen. Aha. Ah, warte mal. Da war ne 13 gewesen bei dem Dings. Also musst du vielleicht nur die draufstellen, die dann letztendlich 13 angeben. Das ist insgesamt 13. Stimmt. Also hier haben wir 5. Ja. Schauen wir mal, was wir da hinten haben. Ups. Ach, egal. Weg. Karte. Also wir haben 5. 5 haben wir da hinten. Und dann haben wir hier... 6. Das wäre schon mal 11. Jetzt musst du da irgendein Gebäude raustun. Du kannst schon einen Meter nach rechts dich hinstellen. Stimmt ja. Genau so. Alter, das muss... Alter, das ist irgendwas weg. Scheiß Lexkorb. Verpiss dich. Arschloch. Wir brauchen auch einen 1er irgendwo. In den 2er. In den 5 und 6. Achso, in den 2er stimmt. Hier da der Turm. Was hat denn der Turm? Ein 1er. Was hat denn der andere Turm? Der hat bestimmt eine 4. Der hat eine 4. Warte mal. Jetzt müssen wir ausrechnen. Wir brauchen 13. Das eine hat wieviel gehabt? 3, 6, 9. 9. 9 und 4. Das geht doch genauso. Nimm den Turm und tu alles weg. Außer der Lex Tower. Ja. Lex Tower ist dran. Turm ist dran. Der ist dran. Ne, Lex Tower ist nicht dran. Sollen wir mal einen Knopf drücken? Nein. Das bringt ja nichts. Achso, klar. Wir müssen eine von uns weg tun. Wir müssen alle Wayne Tower weg tun. Wir müssen die Lex wieder hinstellen. Ah, ja. Den Turm vor dir weg. Klar. Und den anderen 4er Turm wieder hin. Genau. Warte, den einen Turm musst du auch weg. Ach so, stimmt. Der Lex Tower ist ein 9er. Lex Tower ist 9. Den weg. Den 4er Turm wieder hin. Und dann sind alle Wayne halt weg. Das ist genau böse. Weil du willst eigentlich deine Waynes aufstellen. Ah, ja. Der Riddler ist halt ein Arschloch. Der Riddler ist ein Arschloch. Der Riddler ist ein Arschloch, ja. Ein Rätsel und andere nur ein Fick quasi. Alter, krass, ey. Da ist ein Dixer da. Dixer. Und dann musst du die Wayne Towers wegnehmen. Und dann geht es genau auf mit den 13. Ja. Die schlauen Jungs. Ich bin beinahe ein Rätselgeräusch, wenn das jetzt auch so ist, wie es ist. Da dann. Wayne Tower weg. So, wie viel haben wir jetzt? 9 und 4 dann, ne? Ja, genau. Haben wir 13. Den anderen Wayne musst du noch nehmen. Der steckt da noch drin. Alter Alfred, geh mal ans Telefon. Für was bezahle ich dich? Ja, für was bezahle ich? Einfach, dass du ihm einen Schlüssel gibst. Nicht hinterher schmeißt. Da steht. Der muss noch weg, gell? Ja, der muss noch weg. Interessant, hey. Ohne Schmerz. Jetzt hast du einmal die ganzen Scheiß-Türme aufgestellt, Alter. Dann stellst du nichts, gell? Alles wieder weg muss. Am Anfang freut mich einfach, dass die Tür... Sorry, ich musste kurz sein. So, jetzt wird's passen, ne? Ja, genau. Jetzt musst du den Knopf drücken. Das macht schon Spaß mit der Stirn. Übel, der ist geil, Jungs. Ja. Was? Ja, das ist grün. Oder? Ne, das passt immer noch nicht. Ne, das passt immer noch nicht. Hä? Warum passt das nicht? Das leuchtet rot. Ja, warte mal. Wie viel hatte der letzte Tower? Ne, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Die einen leuchten grün und die anderen leuchten rot unten. Die passen nicht zusammen. Ja. Entweder machen wir aus den Grünen eine 13. Also müssen grüne 13 bauen. Aber was fehlt da? Oder negieren die sich. Das heißt, warte mal, warte mal. Rot zieht von grün ab. Also müssen wir die gegenrechnen. Das kann auch sein, ne? Grün ist plus und rot ist minus. Das heißt, wir haben relativ viele grüne. 5 plus 11. Und müssen genau das von Lex wird abziehen. Ach stimmt, genau. Wir müssen mit grün kommen wir wahrscheinlich leicht über die Zahl. Mit grün und mit rot können wir es wieder reduzieren. Genau. Dann haben wir die jetzt mal schon mal hin. Das ist hier 6. Immer 6. Also wie viel sind alle grüne zusammen? Ich nehme schnell, ich nehme schnell, bevor es... Nein! Ah, du hast... Dreh den Tisch! Und der andere steht da direkt davor. Wir wissen jetzt, wie viel ist das insgesamt zusammen? Also das ist jetzt 6. 6 und der andere ist 4, gell? 5 war der andere her. 5 war der andere her. Der ist 5. Das heißt, wir wären damit bei 11. Oh Mann. Geh näher hin. Okay. So, jetzt den hin, gell? Ja. Dann müssen wir mal einen Schritt nach rechts gehen. Kann ich den schon mal raus machen? Gehen wir einen Schritt nach rechts? Also stimmt. Ne, den musst du schnell raus machen lassen. Das sind einfach nur 9. Das müssen wir uns mal merken. Okay. Ne, das sind auch... Ne, das sind grüne, warte mal. Das sind grüne. Boah, der Fug, Alter. Das sind jetzt insgesamt... Oh, leckliche Macht. Ja, stimmt. Das andere waren 5 rote im Endeffekt. Weil der Turm war ein rotes, der. Ja. Und das andere waren 4 rote. Also haben wir 5 rote. Das heißt, 13, 18. 18 müssen wir mit grün erreichen. Ja, okay. Das heißt, wir haben... Wie viel haben wir? Wir haben jetzt 5 glaube ich, oder? 5? Das sind 9 und 6. Das sind 6. Genau. Das sind 15. Das sind 15. Wie müssen wir mit grün erreichen? 18. Okay. 9 und 5 sind 14. Plus 6 sind 20. Äh, warte mal. Dann tun wir den einen großen Wayne Tower raus. Und stellen den anderen kleinen Wayne Tower rein. Und dann gucken wir, ob es geht. Das könnte genau passen, oder? Ja, 9 und... Wie viel wären es dann? 9 und 5. Achso, ne Quatsch. Wir brauchen den 6er. Du hast 9 und 6 sind 15. Minus... Ach ne, scheiße. Minus 4 sind 13. Oh, das ist zum Kotzen, Alter. Mach ich hier 5 rein? Ja. Wir haben auch noch 6. Wir sind zu dumm zum Rechnen, Leute. Ja, ohne Scheiß. Gab es nicht noch irgendwo eine Statue, oder so? Und außerdem steht... Das Ding sagt ja, dass Wayne minimal größer sein muss als Lex. Das sagt da die Statistik hinten. Oh, das ist gut. Eben, ja. Das ist ja hier, das da. Ja, genau. Der kann schirm draufkommen und sagt, minimal... Minimal. Ach guck mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da steht gerade drauf, was reingesteckt werden muss. Ja, warte, ich kreis mal besser. Ja. Und zwar hinten stehen da die Firmen drauf. Also einmal Development and Alistic Group. Dann Transnational Entertainment. Gotham Technical Research. Die 5 Sachen müssen drinstecken. Ja, find jetzt mal raus, was was ist, Alter. Wie willst du das jetzt rausfinden? Wie steht das auf den Dingern drauf? Das sind 5 Stück. Das sind ja insgesamt 5. Ja, aber das sind ja insgesamt 5. Ne, es sind mehr als 5. Du hast den Turm, den Vierer... Die 2 Wayne Tower, den Lex Tower, den Einser und den Vierer. Du hast insgesamt 5. Ja, ok. Das kann nicht sein. Aber warum ging das denn nochmal hin? Ja, weil du 13 erreichen musst. Weil da steht ja, ist gleich 13. Ja. Wir müssen 13 erreichen. Ok, wie rechnen wir jetzt? Ich bin... Ich bin auch in Delirium grad, ne? Ja, wir haben 6 und 5. Ja, das sind 11. Das sind 11. Und dann haben wir noch 9, das sind insgesamt 20. Genau. Und dann müssen wir minus 7 machen. Wir haben aber keine 7. Also müssen wir irgendwas weglassen, damit wir auf die 13 kommen. 9 und 6 sind 15. Wie viele haben die in den Lex-Dinger? Der eine Lex hatte auf jeden Fall auch die grünen. Ja, das war... Ja, das waren ja die 9. Ja. Das waren ja die 9. Und 9 und... Steck den mal da rein, dass du... 5 machst. Den auch. Ja. Wenn du 9 und 5 machst, dann hast du... 14. Ach ja, klar, Alter. Die 9 und 5 hast du 14. Ja. Und dann noch den einen Tower und dann hast du 13. Ja, stimmt. Dann haben wir hier 5... Ne, ne, der Lex-Tower muss rein. Oh, scheiße, der ist wieder respawned. Aber du kannst den Runden da mitnehmen, weil den brauchen wir. Ja, nimmst du den Runden mit. Mach den noch kurz. Wieder rein. So, den. Den nimmst du mit, genau. Der war auf jeden Fall da hinten. Das war ja ein roter 4er, gell? Genau, das war ein roter 4er. Den müssen wir dann rausnehmen. 5 insgesamt zum Abziehen, ne? Den müssen wir rausnehmen. Den müssen wir rausnehmen. Okay. Schmeiß weg. Genau. Und jetzt dürfte es schon passen. Jetzt dürfte es passen oder was? Wir haben den anderen E-Tower noch da drin, der liegt daneben. Ne, den haben wir doch schon. Ja, den 6er brauchen wir noch nicht. Nein, den... Den 6er brauchen wir nicht. Den 9er? Den 9er steckt doch schon drin. Der 9er ist der Lex-Tower. Achso, ja. Sollen wir auf grün drucken? Ja, genau, müsste schon passen. Du scheiß Riddler. Ja! Wir haben es geschafft. Jetzt geh mal rein. Nimm's. Na guck mal. Jetzt guck mal. Warte, warte, warte. Das da. Zweite Reihe. Das Zweite von rechts. Und... Also das da, ne? Zweite Reihe. Zweite von rechts. Zweite von rechts. Das ist da, wo ich gerade angucke, ne? Ja, quasi. Ja, genau. Ja. Wenn du ansehen willst, wird das aktuelle Spiel zu enden. Oh. Alter, das ist ein Rätsel. Das ist so ein Verarsch-Wichser. Alter, was ist das jetzt? Das ist interessant. Wo bin ich? Ich bin in der Dark... Oh. Vela ist Fahrzeug. Tu mal das Symbol. Das ist ein Fahrzeug neues. Alter. Alter. What? Das ist das? Das ist ein Alter. Stimmt, du schaltest dir immer dann so Goodies bei, die du dir angucken kannst. Alter, das ist das alte Auto. Das ist das alte Auto, ja? Geil. 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 Zurück jetzt auf Fortfahren. Geh mal rechts in den Computer rein. Ja. Dann ist auf Fortfahren. Warte, ne. Ich weiß auch, packen wir uns wieder zurück zum Spiel eigentlich. Das sind die Fahrzeuge, die du mal freischaltest, um sie dir anzuschauen, weißt? Geil. So, und die kommen wir jetzt wieder in die Rätthöhle. Geh mal, wo hast du denn angekommen. Hat da, wo es ein Pfeil nach oben drin? Alter, das ist ein Riddler-Pfeil. Alter, das ist ein Riddler-Pfeil. Wir brauchen den Flug mit dem Ding, zu nur noch fliegen. Immer den Flug. Versteh das grad nicht so ganz. Ja, müssen wir ins Menü gehen. Geh mal ins Menü. Kannst du schon ins Menü? Ins Menü? Ja. Ich höre dich fast nicht grad, es ist voll laut hier. Ja, kein Ding. Es ist richtig laut. Und jetzt drück auf Verlassen zum Menü. Ja, drück auf Verlassen zum Menü, genau. Wir werden jetzt einfach ein neues Fahrzeug freigeschalten. Ja, man kann ja die Fahrzeuge gucken. Ja, genau. Langweilig. Das ist witzig aber. Wenn du ihn jetzt kommst du auch fortfahren bringen, dann bekommst du da wieder in dem Spiel raus. Ja, aber wir wählen dann einfach die Mission da raus. Ja, dass ich wieder bei Arshtrip bin, oder? Genau. Das Anwesen. Das Anwesen. Guck mal, es ist ja mal ein Riddler-Wrenzel gelöst. In eins gibt es noch zwei Häkchen, Hermann. Im Anwesen, ja. Also wenn es zwei solche Vierecke gefunden, dann müsste auch eins rumliegen. Im Anwesen. Aha. Guck mal, da unten läuft ein Batman-Cartoon. Bestimmt. Oder Nachrichten oder keine Ahnung. So, Alfred. Da bin ich wieder. Komm her. Jetzt kommen wieder die Schlüsse. Und hier muss noch irgendwo ein anderes Riddler-Teil sein. Ja, ich glaube genau hinter ihm, da war noch ein Raum offen. Ja, da. Ich glaube da kannst du nachher noch mal hin. Ist das nicht wahr? Ja, ich habe mich wieder aufgerufen, ja. Du hast mich auf das, ich dachte? Verähnst du hier. Verähnst du hier? Sehr gut, Sir. Sehr gut. Das ist unser Volk. Jetzt bin ich zum Teil so großartig. Ja, das war ja. britisch. Da ist nur noch ein Versuch. XOXO Ey Casper hat mir geschrieben Ja, hab ja auch gerne Hey, guck mal, da liegt ein Telefonhör irgendwo Ogen, oder? Jetzt guck mal, wo noch ein Riddler-Ratzel ist Riddler-Ratzel? Ja Warum? Wie kommt der da hin? Guck mal das Bild an, da ist hinter dem Bild Lass mal um Aber nix Vielleicht gleich irgendwas machen oder so? Nee, ich glaub du musst da irgendwo wieder hin Weil die Riddler-Ratzel waren ja immer da Wo du irgendwo hinlaufen konntest Erst dreh dich mal um, irgendwo Muss da noch so ne, ich kann nur hinlaufen Dings geben Du musst dich nicht so weit immer in eine Richtung drehen Ah, Entschuldigung, Entschuldigung Ja, passt Das Riddler-Ratzel Da kann schon mal hin Die zwei Sachen gab's Aber vielleicht kann ich von hier aus noch irgendwo hin, was? Vielleicht gibt's da noch was Wenn da bis jetzt einer im Klobus gefunden Vielleicht gibt's ja jetzt beim Klavier eins Man muss vielleicht noch das Klavier nochmal aufmachen Das Klavier auf, dann geht's dann in die Bethel Jaja, aber im meisten halt Ansonsten kannst du ja jetzt nirgendswohin Guck mal das Telefon nehmen Guck mal das Telefon nehmen Sir, if you please venture downstairs As a matter I must bring you your attention And now might be a good touch Was, Alter Fleg mich auf Ist da hier im Garten rein? Nee, glaub nicht, aber geh nochmal zum Klobus Vielleicht kannst du da nochmal ran gucken Das eine Riddler-Ratzel haben wir ja gelöst Das haben wir ja, gell? Patsch, Patsch Gehen wir mal wieder zu dem... Hey, das ist doch voll beschissen Kann man da mit dem Ritter was machen Vielleicht irgendwo oben, gell? Hm Ich google mal kurz Anlesen Rätsel Ob wir das finden Witzig komme ich an die Pflanze Mag auch keine Aber überall ist schon da Ahornblätter Ja, gell? Soll mal ja aufräumen, der Jude Läuft halt so rein, als wär nix Weißt, drück dir nur einen Schlüssel in die Hand Jetzt setzt das mal ein Shorty auf Weiß nicht wohin damit Das war so klar, Alter Warte, ich konnte mal einen Namen spielen, warte Ich konnte einen Namen spielen, warte Kannst du einen Namen spielen? Ja, ich kann einen Namen spielen, aber es ist schon lang Ja, nochmal Oh je, oh je, das kann ich glaub nicht mehr Nee Nee Oh, das Telefon, da ist irgendwas drin Wie kommen wir da ran? Am Telefon und eine Schublade aufmachen einfach Tada! Ah, super Ja Du musst wieder ein Bild merken Du suchst ja irgendeines raus Na, ich hab eins Ja, das ist ganz Das ist zweite Reihe ganz links Und die erste Reihe ist das dritte von links Ja, aber du musst ja jetzt eins aus und mein nächstes Mal Ja genau, aber ich weiß halt jetzt schon zwei, die zusammenpassen würden Also soll ich das noch nehmen? Eigentlich kannst du irgendeines nehmen, rein theoretisch Ja, wenn du, wenn du das erste ganz links nimmst Na, scheine Da musst du das nächste Mal merken, wo das Symbol halt ist Das Badmins-Symbol, ja So, jetzt geht's weiter So Jetzt drück aufs Badmins Genau Jetzt geht's ab Jetzt geht's ab Hoffentlich hast du keine Höhen angest Wow 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 Suit Up Sequence Ich hätte bang sein können Ja Nur du musst dein Hand da drauf drücken Geil, ne? Ja, Mann Das ist mein Anzug Ja Du bist ein Badmins So zieht man Handschuhe an Haha So läuft das heutzutage Ach ja, die Maske hab ich vergessen, klar Oh, ist die geil Nimm die Maske Schon geil, ne? Mein Herzteil hier Alter, ich bin Batman Kalibration Aner Zeig dich Ja, Mann, was geht ab? Ich bin Batman Kalibration Complete Ist mega geil Hallo Ich bin der ängstliche Batman Ich hab Angst Eigentlich bin ich gar kein Schurkast, Jäger Eigentlich bin ich eher so ein Schisser Alter Aber ich kann auch da Gangster Batman sein Dann bin ich cool Ja, alles klar Hör mal vor Batman, wenn du so laufen Hör mal vor Batman, wenn du so laufen Also Weiß eigentlich läuft der ja eher sowas Ich bin Batman, aber Schon vorher wär so ein Schiller mit Einfach so aufkreuzen So ein Tater so Ja, Mann, was geht ab, Alter Oder wär so ein Schisser mit dem so auffahren Okay, warte, hier geht's Alter Zeig mir deine Muskeln, Mann Zeig mir deine Muskeln Wenn ich so... Ah, ich krieg Krampf, ey Alter Wenn ich so aussehen würde, ja Dann würd ich... Tag jetzt zum... Tag jetzt zum Strand Tag jetzt zum Strand Alter, wenn ich so nen Körper hätt, ne Dann würd ich nicht in Instagram rumlungern, ey Alter, ne Krasser Typ Treib die Nippel, treib deine Nippel oder Alter, ich bin aber nicht deinen Weltmeinen Alter, guck mal runter Ich weiß jetzt nicht die ganze Zeit Nein Du hast alles gewonnen So ein geiles Wort, ey! So bin ich halt, ne? Kannst du schon in Langkomm spielen, dein Vater? Hier spielt die Musik! Nicht da oben im Kopf, nicht im Herzen! Oder da unten! Warum machen die so was? Das tut so leid! Das reicht jetzt! Geil! Was haben wir denn hier? Oh! FFG ist mir ein Trigger! Wie geht das? Okay! Jetzt kannst du deine Gürtel stecken, man! Rechts runter stecken! Einmal hinten loslassen! Da oben! Forensic Scanner! Ready for deployment! Software update allows for crime scene visualization! At multi layer analysis! Calibrating diagnostics! Please scan target! Scanner! Äh, gescannen! Wieder ein Gürtelstecker! Da ist es! Ein Gürtel! Jetzt kommt die geile Scheiße mit! Oh, geil! Darf ihn nicht schmeißen! Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Geil, ey! Das ist ja geil! Das ist ja geil! Ja, Mann! Please use a Batarang! Ab geht's! Boah! Ein Wurf! Ein Treffer! Los geht's! Bam! Und noch einen! Schnappen dir! Andere Sack hängt da! Yeah! So, jetzt greift er in deinen Sack! Holst du ja! Yeah! Ja! Schmeiß es! Entschuldigung! Das ist so geil, Jungs! Das ist so geil! Hat mir jetzt so eine Gesichtsmuskel im Wiffel und nachher... Alter, mir auch, ey! Das war fast so geil, wenn ich einen runterhole! Aber jetzt geht's ab! Yeah! Ich bin Batman! Ja! Was geht ab? Haben wir ein Problem? Hm? Habt ihr ein Problem mit mir? Ich bin Batman! Alter, geil! Alter! Bat-Höhle! Alter! Das muss man als Batman fern gespielt haben, ne? Das ist einfach... Das ist Batman! Das ist ja der Hammer! Die Musik auch! Die Gänsehaut hier! Alter! Das macht's auch! Das ist ein T-Rex! Wow! Die Münze! Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's nicht mit dem Schoko-Karte gesehen! Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's nicht gesehen! Da gibt's auch so eine Riddler-Rad, so... ...die man machen kann, wenn man so... ...die Ziele abwerfen muss! Aber halt schon! Ich hab's nicht mit dem Riddler-Rad zu! Ah! Sir! Du bist hier! Bitte, lass mich wissen, wann ich dich über die Situation berichten kann! Mr. Chain! Krass! Krass! Geile Karte, ne? Mega geil! Du kannst jetzt das Riddler-Ding zum Beispiel nehmen... ...und kannst du da mit in die Konsole vor dir reinschieben! Dann kannst du nur ein bisschen Batarangs werfen! Okay! Schnappst dir und direkt in die Konsole in die Mitte vor dir! Ja! Links, 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 links! Genau da, mitten rein! Genau in die Mitte! Genau in die Mitte! Genau in die Mitte! Rechts, rechts, rechts! Ach so, da! Das ist so ein Mini-Riddler-Mittelspiel! Haha, was ist das denn? Jetzt muss ich nach oben gucken! Da, jetzt muss ich alle abwerfen! Ah! Die werden immer mehr! Also relativ schnell! Zack! Nächstes! Zack! Nächstes! Immer nur die grünen, halt! Erstmal nur die grünen! Ah! Das ist schon geil! So gut, Alter! Ja, Mann! Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Da unten! Mann! Sechs teilen! Guck mal, vollständig! Nicht wie er abgeht! 500! Jaa! 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 Das ist doch krass, Alter! Vollständig! Krass, Alter! Bei der Arbeit haben wir sowas eh nicht. So ein Schießkey, du heißt es. Beste Punkte war 20. Kannst du mal nochmal machen, ich weiß nicht wann man das freischaltet. So ein Schießkino hatten wir bei uns auch. Ja genau. Jetzt geht's ab. Was wir machen müssen. Excellent shot sir. Excellent shot sir. Perfekt. Um. Okay. Ja komm, jetzt sind die Klatsch. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017